Wenn Sie Inhalte haben, die nicht ständig gewechselt werden sollen, wie beispielsweise bei Speisekarten, dann empfiehlt sich die Mechanik in Form solcher Buchschrauben. Durch sie werden die Inhalte fest mit dem Ordner fixiert, sodass sie nicht einfach herausgenommen werden können. Gleichzeitig können Sie die Inhalte ganz einfach wie ein Buch blättern.